Wir befinden uns hier auf der Baustelle einer seit mehr als 100 Jahren aktiven Ziegelei, die als ökologische Vorreiterin uns eindrucksvoll beweist, dass Tradition, Werte und Innovationsfähigkeit Hand in Hand gehen können und keine Widersprüche bilden. Mein Name ist Christoph Schank und als Professor für Unternehmensethik ist es mir ein Anliegen, mit Ihnen gemeinsam an neuen Perspektiven nachhaltiger Unternehmensführung zu arbeiten. Denn die Konzepte, mit denen wir in der Vergangenheit Zukunft gestaltet haben, werden nicht mehr die sein, die uns morgen durch unruhige See navigieren. Im Masterstudiengang Transformationsmanagement in ländlichen Räumen denken wir konsequent Wirtschaft, Politik und Geografie zusammen und eröffnen Ihnen damit einen kritischen, differenzierten Blick auf immer komplexer werdende gesellschaftliche und wirtschaftliche Vorgänge. Wenn Sie ein Interesse daran haben, mit uns zusammen Wirtschaft neu, verantwortungsvoll und lebensdienlich zu denken, dann freuen wir uns auf Sie in Vechta.